Ich bin der Florian, das ist die Katharina und in den letzten zwei Jahren haben wir in der Klimabewegung in Österreich viel verändert. Die Kathi, ja noch mehr, als Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Und das alles, was wir da gelernt haben und was uns widerfahren ist, haben wir in ein Buch geschrieben. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Das Buch ist auch ein bisschen aus der Idee entstanden, warum macht man zwei Jahre Klimabewegung überhaupt durch? Also das ist einfach ein Riesenauf und Ab. Es ist überhaupt kein dankbarer Job. Und für mich war es wirklich ein persönlicher Grund. Ich habe mir echt gedacht, meine Oma, meine Mutter konnten ihren Kindern noch sagen, hey, wenn du mal groß bist, wird die Welt eine bessere sein. Und ich weiß einfach, dass ich das vielleicht meinen Kindern nicht sagen kann. Und wo ich das realisiert habe, hat es mich irgendwie ziemlich getroffen. Und deswegen auch das Buch voller persönlicher Momente, voller Ansporn, Tatkraft, Motivation, aber großteils eben auch mit Lösungen und wissenschaftlichen Hintergründen, die hoffentlich nicht fadverpackt sind, sondern eben eingebettet in das große ganze Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank.